Naja, Birkhühner, die werden hier geschützt. Deswegen, ich flieg hier die Drohne erstmal nicht, erst wenn das Landschaft-Nazutschutzgebiet vorbei ist. Lieber safe Schatz und auch korrekte Schatz. Kann beim Angeln drauf auf ethisches Angeln achten, dann kann ich auch beim Drohnefliegen ethisch fliegen. Upgrade, äh, Update. Also, wir sind jetzt nach knapp 6 Stunden wandern an der Hälfte angelangt. Angeblich sollte es nur noch bergab gehen, aber André hat gesagt, er kennt ne Abkürzung, ich hab Angst. Ich hab wirklich Angst. Vor allem, weil, hier ne Abkürzung, ich weiß nicht wie gut hier die Steigung kommt, aber ey, da ne Abkürzung runter vergiss es. Arschrutschen und so. Ja, aber die Aussicht hier ist schon schön. Schlüttensilberbaum. Was? Schlüttensilberbaum. Das ist, wenn ich hier mal wieder hochgehe. Wenn dir kein verdammter Steh liegt. Ah! So, was machst du? Ich glaub so. Das ist nicht so sehr schön. Egal. Vielmehr haben wir es auch beim nächsten Gipfel. Wir haben es geschafft. Thanks, bout.